Hallo, ich bin Markus Jordan, ich mache mit ganz vielen anderen Menschen zusammen PICT, PICT ist ein Kurationsdienst im Internet für Qualitätsjournalismus. Wir sind davon ausgegangen, dass es immer mehr Menschen gibt, die gerne die große Vielfalt des Netzes nutzen wollen für ihren Medienkonsum und nicht nur einzelne Formate nutzen wollen, die aber dabei natürlich leicht totgeschlagen werden Tag für Tag von der enormen Vielfalt und für die haben wir 120 Kuratorinnen und Kuratoren zusammengesammelt, die die besten Inhalte in 18 verschiedenen Themenkanälen sammeln, vorstellen und jeweils auch kurz anmoderieren und erklären, warum der jeweilige Inhalt relevant ist.